so leute ihr seht ihr den naderbildschirm ich fange jetzt wieder mal an weiter in dem let's play vorwärts zu kommen hoffentlich schaffen wir doch ein bisschen was ich habe jetzt mittlerweile wieder einen monat nicht gespielt muss jetzt erstmal wieder in die steuerung reinkommen so auch wartet mal wir müssen kurz mal die musik ausmachen nicht dass es bei youtube wieder probleme gibt passt auf sound weil ich jetzt ein kumpel dort mal gezeigt habe da konnte ich ja die musik an machen also sprachlaut stärke also aus so und mit wieder zurück sehr gut so jetzt ist so ein bisschen ruhiger aber so stört uns das halt auch alles nicht ja wir gucken mal kurz ich bin ja gar nicht mehr was ich das letzte mal gemacht hat hier ist ja auch schon ein bisschen her schauen wir mal was wir hier noch alles machen können was wir alles brauchen kaufen check the upgrades rumpf ausbau dafür brauchen wir auch haben wir schon erworben ok stimmung mit der kanon 650 ja kann nun haben wir schon mörser stärke der drehbassen ihr satz goldner drehbassen adopt der jackdauer sehr präzise verheerende schäden anzurichten halten sie y um nach und nach mehrere schwachstellen zu zerstören ja gut das bringt jetzt nur 100 irgendwann muss man ja immer alles machen wir gut die lager die brauchen wir ja eigentlich nicht wir machen sie jetzt einfach mal wird sich ja doch recht häufig so was brauchen wir dann jetzt noch breitzeiten kanonen 20.000 reales ist immer wahrscheinlich jetzt direkt durch die flotten mission und 650 eisen das heißt wir werden uns dann wieder in die schlacht stürzen können zur flotte neu gekapertes schiff möchten sie dieses schiff behalten zu meiner flotte hinzufügen zu meiner flotte hinzufügen mehr docks hinzufügen für 2000 schiff aus der flotte abfragen ja nehmen wir noch die fregatte weg das mit sehr schön zumal hinzufügen missionsbericht oder mission ja doch missionsbericht erfolg sehr schön missionsbericht erfolg sehr gut missionsbericht erfolg sehr gut erfolg sehr gut sie haben ein sammelbares fundstück erhalten flucht nach ägypten europa ok gut der tafel bucht ok ja wie viel geld aber nicht sehen wir das irgendwo wir sehen wir nicht aber wir verlassen jetzt erst mal die flotte das haben jetzt alles gemacht dann müssen wir nachher mal wenn man die aufnahme session beenden doch mal vielleicht ein bisschen die schiffe da hin bringen unsere leute freuen sich schon mal ein upgrade ist derzeit verfügbar so sind jetzt die drehbassen auch wirklich gold ja schön guckt mal ein bisschen prunk hier auf dem kahn so gefällt mir das schnell reise öffnen was müssen wir denn noch machen ja laden mal haben wir hier schon alles ja ist schon alles gelb ist hier oben die hauptmission machen wir jetzt eine hauptmission oder ich würde eigentlich gerne erst mal das vorher angreifen ich würde eigentlich gerne erst mal das vorher angreifen warte mal wollen wir denn hier noch tauch sachen da war eine tauch sache dann schnell reise öffnen wir gucken noch mal dass wir jetzt erst mal die ganzen tauch dinger hier weg haben hier oben ist nichts tauchiges mehr hier müssen wir noch was finden aber schon ganz schön viel noch da kommen wir nachher auch mal machen was ist das hier tulum da haben wir doch ah ne da haben wir die rundstücke noch nicht das tauchen hier haben wir da ist ein dingens ach da können wir nicht schnell reisen wenn wir da noch nie waren schnell reise bestätigen dann reisen wir da mal schnell hin und gehen dann hinten mal zu dem tauch ding dann noch mal sehen was uns da erwartet auf dem weg dorthin werden wir natürlich alle schiffe radikal die eisen haben entern um dann halt dort die letzten upgrades für uns noch zu erhalten so warte mal wie wandert jetzt hier sogar ja ein bisschen kann ich doch noch da in wollen wir so da seit der rum und zucker holz und stoff bringt uns alles nichts dann hä hä wieso ist die markierung jetzt da hinten will sie mich rollen ach mensch wieso ist hier überhaupt rot gut habe ich hier die schon alles verstehe ich nicht so was konnten da vorne noch für keine auf uns zugeschippert 180 metall rum gut dann nehmen wir uns mal das schiff hier als ziel wo denn ja wir machen vorbei Mist wie sieht denn bei uns crew technisch überhaupt aus das wäre mal interessant naja ändern wir die erstmal hier feuer nicht gut genug auf wo sie das bereit zu feiern feuer schieß dahin feuer wir werden sie rams feuer 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 das wird sie versinken feuer er wartende fehle ja ja das war doch schon mal und feuer ja wo wissen wir jetzt unsere fahrt da feuer 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 ja das war jetzt nicht so gut feuer 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 so die haben wir schon mal So, dann entern wir nochmal. Damit wir hier gleich wieder reinkommen. So eine Pulverreserve und dann ist hinten noch eine. So, okay, das ist mal halt. Wie ziehe ich denn nochmal meine Waffen? So, gut. So, okay, nochmal eins. Nummer zwei. So. Na, kann doch irgendwie da sein. So, los, stopp. So, da hätten wir es doch, wenn wir jetzt wollen. Ist ja anstrengend hier schon wieder. So, ich trinke da mal kurz einen Schluck Cola, damit ich hier ein bisschen mehr Leistung bringe. So, also 180 Metall, das hat sich ja schon mal gelohnt. Wir können damit den Bekanntheitsgrad verringern. Steckt auch reparieren. Wir nehmen es einfach mal die Flotte auf, da können wir es dann abwracken. Und ich bin mir da wieder ein paar Diamanten für. Ist ja Beste. Du bist jetzt Kapitän. Trink nicht so viel. Fahr vorsichtig und sinnig. So. So. Ober- und Bramsegel vieren und dicht holen. Naja. Jetzt sag ich mir auch immer dicht holen. Jedes Wochenende wieder. So. Lassen wir sie heißen schmecken. So, nun lass mich hier den Grillwasser. Naja, das war ja nun mal ja nichts. Verreißt sie uns mit aller Kraft! naja so So. Na komm, geh tot. Na also, dem noch mal schon die Bart rasiert hier. Dann muss das der Bestatter nicht machen. So, gut, kniet nieder. Okay, was soll mit dem Schiff geschehen? Reparieren brauchen wir nicht, Bekanntheitsgrad verringern brauchen wir auch nicht. Ein Foto aufnehmen, da können wir dann noch so ein paar von diesen komischen Diamanten dann rausschlagen oder was du jetzt auch immer darstellen soll. Ich glaube, es sind Diamanten, aber vielleicht bin ich da jetzt auch zu sehr von Minecraft. Wir haben Waren erbeutet, mit denen du das Schiff aufrüsten kannst. Schon? Warte mal, wir verlassen mal kurz das Steuerruhe. Guck mal. Hui. Platzer. So, wir treten. Schauen wir doch mal. Können wir uns doch nicht vorstellen, dass da jetzt schon irgendwas, die da gut ist, mitkaufen. Check da Upgrades. Geht nicht. Mörser. Geht nicht. Geht auch gar nicht. Da brauchen wir die ganzen Pläne. Plan. Plan. So, wahrscheinlich nur vom Aussehen her war. Naja, nee, das brauchen wir jetzt hier alles nicht. Da sammeln wir lieber erstmal für die regulären Sachen. Komisch, dass er mir das so vorschlägt. Na ja. So, nun geh ans Steuerrad hier. Komm. Captain ist am Ruder. Was ist denn das da hinten? Nein. 117 Metall. Naja, dann wollen wir doch mal gleich die Fregatte neu machen. Und beschweinigen und hinterher. Hinter dem Unhold. Könnte natürlich auch mal ein bisschen sneaky vorgehen. Warten auf dein Zeichen, Käpt'n. Wo bleibt der Junge mit dem Handwerken? Wir sind zu einer Rasse. Käpt'n, ein paar Treffer hier und sie brechen. Feuer! Feuer! Da ist sie am Schlecht. Feuer! Feuer! Hup! Das ging ja schnell. Ha ha! Das ist denn hier eigentlich die Schwerzone. Alle außer Großbergen. Obersegelreffen, los! Muss ich das verstehen? Auf die Ihre Ancestors sein. Gucken wir gleich mal. Warum das so ist. Äh. So, geh hoch. Seegang. Hopp. Na ja. So. 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 Oh, oh, oh. Was ein Geschnetzel hier. Na, komm. So, dann haben wir die. Dann werden wir jetzt mal hier auf den Karschen. Oh, dauert das lange mit der Waffe. Na, warte. Na, ja, wir sind ja schon auf dem Weg. Komm, in Ruhe, Jungs. So, und hoch. Komm. Zerstören. Dann haben wir es ja auch schon. Hintert ihr am Entern. Was sind Entern? Ihr hintert doch keiner. Na, was denn? Ah. Immer der Zellige. So, gebünderte Beute. Metall. Schiff entern. Checkt auch reparieren. In Flotte aufnehmen. Hast du gut gemacht. Busser, Bruder. Also, bald habe ich keine Crew mehr, wenn es so weitergeht, wa? Wenn ich hier alles zum Kapitän mache. Erfolg freigeschaltet. Kanonenfutter. Okay, warte mal. Wir gucken jetzt mal kurz auf die Karte, warum hier Sperrgebiet ist. Was sind das hier? Kurosula. Kann das damit zusammenhängen? Naja, wer weiß. Dann fahren wir auf jeden Fall wieder mal da hin. So. Schauen wir doch mal. Drumherum kommen wir ja nicht. Mich interessiert jetzt mal, warum Kurosula hier so. Gewacht ist. Lasst mich hier raus. Das müssen wir ja noch nicht jetzt rausfinden. Aber das ist hier Kurosula. Oh. Ein Kriegsschiff. Ach, das fährt von ihm weg. Na ja, dann. Wenn er es uns so einfach machen will. Nehmen wir doch gerne an. Geschenke. Immerhin haben wir ja einen Elite-Rammsporn. Also wollen wir den nochmal testen. Ja, wir schlossen zusammen. Puttion. Man sieht doch mal, ich sollte es erwähne. Dann geht es nicht noch. Ich habe nochmal für dich. Und jetzt gibt es noch alles andere rum. bei haben wir uns überhaupt mal getroffen also ganz minimal nur wahnsinn so wie rum gehen wir jetzt waren so rum wird kommt hört auf hierzu mensch ich habe den jetzt erwischen so du hier wird es mit ihr kommt also so muss das laufen leute genau so und nicht anders herrlich auf die knie leute guck mal noch mal metall zucker checker reparieren ach schande bekanntheitsgrad bringen welche man da kannst du nicht machen die bekanntheitsgrad wurde erhöht ja herrlich ist ein aufprall jetzt sind du mir hier für ein kram erzählen so ist man jetzt überhaupt jetzt mal jeder fahrer so kommen wir denn da nicht ja ja lass das doch gut mal frachtgut sein ach komm den ramm mal weg was soll denn das dann ziehen wir die noch mal ran hier zähne naja das sollte doch möglich sein packt da nicht an dem seil rum das war teuer du lappen man ey ich das leiden kann ich das leiden kann ich das leiden kann ja komm hoch da ja komm hoch da ja 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 man der war ja hartnäckig kann ich ja gar nicht leiden bei gegnern soweit ne 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 Ernst so ė bebeleihau Ja 北 ja nå die sind noch nicht die bösen eure auftraggeber sind die bösen könnte diese erkenntnis dürft ihr in die welt hinaustragen wir haben jetzt alles was wir brauchen um das schiff zu verstärken ja was soll denn überhaupt aber wo sie nicht nehmen hier hier 586 mehr aber 650 braucht man also noch ein bisschen eisen brauchen wir das sollte man kriegen so kommt mit gas schön an der küste vorbei hier hat man hier immer mit retten jetzt hier aufpassen wegen schwergebiet das war ja hier ein konvoi hast du ja an bord oh Oh. Oh, oh. Gut, die haben wir. Schön durch die Jackalage geschossen, das gefällt mir. Feuer! 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 Die Schwarzstelle ist ungeschützt. Schießt! Okay. Feuer! Bereit zu feiern, Sir! Bereit zu feiern, Sir! Ah, du komm her. Feuer! Lassen wir die Haken fliegen und entern, Sir! Feuer! Feuer! Ha-ha-ha-ha! Kanone bereit! Feuer! Na, ein guter Treffer könnte sie lachen! Feuer! Auf deinen Zeichen, Captain! Lass sie uns nicht rammen, 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 Captain! Lass sie sich, Captain! So, die haben wir. Bereit zu feuern, Sir! Beutet dann schwimmen, hä? So, er beutet. Ein Wrack mehr! 58 Metall. Metall, Zucker. Sehr gut. Ja. Wirst du noch geladen? Holz und Stoff. Na ja. Was lassen du leben? Ist das irgendwo, ne? Ne. Wir müssen ja jetzt ins Rejector reparieren, also müssen wir uns mit diesem Schiff anlegen. Feuer! Ja, ist ihre Schwachstelle! Alle Hand weg! Gegner kommt auf uns zu! Feier! Auf dein Zeichen, Captain! Wir werden sie rammen, Sir! Die werden uns versenken! Piratenjäger! Feuer! Ah! Ja. So. Dann reparieren wir mal schnell unser Schiff. So, die Offiziere haben wir schon mal. So, gut. Das war das, was wir jetzt so machen konnten. Wir werden bald ein Schwerdkönchen, Junge! Halte sie zurück! Halte sie zurück! Halte das Steck sauber! Ey, du willst das Steck mit deiner Flut? So, kommen wir nicht so, meine Freunde. so weg mit dir weg mit dir ja also sehr schön damit können wir jetzt unsere checktor reparieren was ganz wichtig ist weil wir den ersten balken ja schon verloren haben jetzt durch das ganze gefecht gegen die paar stöpfchen so holzstoff ist erstmal egal uns geht es ums reparieren so haben wir wieder mal ein paar see schlachten gemacht hier verzeiht mir wenn ich wieder mit der steuerung nicht ganz so klar kommen aber ist die erste session wie gesagt im video nach über einem monat seid also gnädig mit mir es wird in der nächsten folge weitergehen da werden wir auch ein bisschen was wieder entdecken können auf jeden fall dann euch noch einen schönen morgen mit der nachmittag abend eine schöne nacht hier nachdem man es guckt und bis zum nächsten mal natürlich wenn es wieder heißt let's play assassin's creed mit schule bis dahin tschüss